Wo kann ich Deutsch ganz schnell lernen? Ja, am besten, wenn man natürlich in der Umgebung ist mit vielen Deutschen. Bei uns im Street workout. Als ich zum ersten Mal nach Berlin gekommen bin, konnte ich zwei, drei Wörter halt sehen. Sehr angenehm. Lieber geht durch den Mann. Das ist eine wichtige Sache für euch, oder? Das kann schnell zu Liebe führen. Bist du kalt? Also, are you cold? Draußen. Genau, das wurde gefragt in einem Ausländerbichorde. Für Kinder oder für Erwachsene? Für Kinder. Danke für Ihre Antwort oder für Euch Antwort. Für Eure Antwort oder für Ihre, wenn Du uns siehst. Ihnen ist richtig, aber man kann auch Dir sagen. Das ist gar kein Problem. Danke für Ihnen für Deine Interview. Und viel Spaß noch. Dankeschön. Danke. 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 Danke.